Untertitelung. BR 2018 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 Wie war das mit dem Frost? Ich habe da was gefunden. Danke. Das ist kein entdeckt, was die Scheiße ist. Das sind die Scheiße Dings. Das ist die Kamera. Wie in der Vacery? Okay, verklärt es. Ja, ja, aber ihre Kamera ist noch. Ja, ihre Augen nicht. Oh, Kavira, Vorsicht bei mir, wo ich gestorben bin. Wo oben auf der Treppe sitzt sie. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Werte hinbekommen. Den Biogefahren wollen wir untersichern. Nur noch ein Gegner. Ja, das ist da oben. Jawohl. Präzise. 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 Ich bin nicht so. Meine Ziele, ich mach's auf der Ziele. Halalala. 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 Du schaust da, aber ich dabei aber nicht. Nee, du dann. Ich halte das nicht. Ach, hab's doch vielleicht über meine Ziele. Ich will mich erst bei Ihnen nicht machen, damit ich mich jetzt nicht machen. Ich weiß nicht, ob ich das mal wehren kann. Ich mach mal halt weiter. Mit Einweisen kennst du nicht aus. Mit Einweisen kennst du nicht aus. Oh, bitte. Oh, ich bin nicht mehr hier. Schade. Ich dachte, die sind unten im Einwagen. Das ist andere. Hallo. Ja. 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 10 Sekunden bis zum Einsatz. Gut gemacht. 10 Sekunden. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Ja, der hat sich immer auch schon gestanden. warte, 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 das war zu früh Ich lade! Teigvorgang eingeleitet Bereit wurde konstatiert Schrei, Sprengsatz 1 Ich lasse den Schordereingang Töger! Schrei, Verletz! Verletz! Schrei, Schrengsatz! Verletz! Mit So, ich muss mich sehen, dass ich den heißen in Vordereingang habe. So gut, Moni, sie markiert einmal, das ist gut. Aber ich muss dann mal bitte abschließen, weil die Stehendurch wieder nicht halten. Ja, ich höre. Da kommt nicht schön etwas auf der Treppe, deswegen warte ich kurz einen Moment. 15 Sekunden übrig. 10 Sekunden übrig. Da unten steht, bei der Drachenracht-Statur. 5 Sekunden übrig. hm Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen, den Rollen sicher. Wir müssen den Rollen sicher nicht loswerden. 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 Aber auch die Störze zu lösen. Es bleiben noch 10 Sekunden. Es bleibt 5 Sekunden. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter nicht gefunden. Sie versuchen ihn während des Angriffs aufzuspüren. Lugansperre angebracht. Vom Fenster wegbleiben. Eingang präpariert. In den Explosionsradios kommen. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter gefunden. Abgrошsam denietet und beim Abbruch. Zugang zu einer Schraubbehälter. Mehr für einen Schraube-Gefahrgutbehälter. Dein Jochen gibt es den Sportprojekten. Man hat einen Schraubbehälter. Man hat einen Schraubbehälter. Sie sind in dem Sozial-Gefahrgutbehälter. Nachladen. Ein Gegner verbleibt. Einer Trupp siegreiche, alle Gegner eliminiert. Ich fahre doch auf seinem Kopf. Aber es ist manchmal wirklich so. Es geht mir auch so. Es war von Sand auf seinem Kopf. Und wieso bin ich jetzt tot und er lebt? Es geht nicht. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Bio-Gefahr und Behälter schützen. Dann fertig. Oh. Sch إستعمال. Sch456 Agilent. 10s Die Gegner haben den Bio-Gefahr undéniter lokalisiert. 5s Da muss ich nicht hängen geblieben. Was ist zuhause, Juno? Da muss ich nicht hängen. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich verdammt die gegend steht aber noch in dem raum oder vieles reingehauen hat gerade er wird doch nicht getroffen auf ping ist einer bio ist nicht immer gut hm wir müssen den bio gefahrgut behälter ein ein Die Drohne der Gegner hat den Minus-Armungsbehälter gefunden. Es bleiben 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. fallen Campus. Zugarsperre whole not. Obstatt Listening. Razor is set. dumb. Lade neue Magazine! Achtung! nur noch ein gegner übrig mach dir mal gegner eliminiert mission erfolgreich so Ich war einfach nur da. Ich kann es doch toppen, ich habe ein Pack bei 4,5 Prozent. Irgendwie ist es etwas, was funktioniert diese Runde. Ich habe die 3,5 Stunden oder 2,5 Stunden waren, seit ich dabei bin. Ist das okay? Ich habe ein bisschen was hingekriegt. Wir haben einen Markt hier und alle sind heiße an der Seite. Ja, das verstehe ich auch noch. Wo? Stopp! Spiel dir nicht mit Bluetooth-Sets? Vielen Dank.